Das ist das, was wir hier am Tisch hatten. Warum mag ich die Porsche-Fahrer so? Ja, der räumt aber jetzt eigentlich schön für dich auf, wenn der Honda das irgendwann mal gebacken kriegt. Hier ist auch einer geplatzt. Den Subaru haben sie eben von der Strecke geschoben. Hier ist ja eben schon zweimal ins Hüpfen gekommen. Wie geht's das? Und wie? Das war's. Ich schmeiß mit Steine. Jetzt kommt er natürlich wieder in den Topo und er wird sein 400, er ist sicher nur 500. Er ist keine Ahnung. Zwei Kurven später ist er wieder im Weg. Er ist keine Ahnung. 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 Er ist keine Ahnung.